Ich heiße Uli Weiß und ich bin seit 25, 26 Jahren unterrichtig an der Uni Wien. Ich bin Medienwissenschaftlerin und seit langer Zeit auch eigentlich eher Medienaktivistin, weniger neutrale Wissenschaft als, wie soll man sagen, engagierte, beteiligte, kritische Wissenschaft. Und ich bin seit fünf Jahren Geschäftsführerin von Radio Orange. Das ist überparteilich und dementsprechend, ich hätte natürlich auch anderen dieses Interview gegeben, aber ich wurde nicht von anderen gefragt. Also beginnend mit dem heutigen ökonomischen und ökologischen Desaster würde ich sagen, faire Steuerpolitik, Konzerne besteuern, eine ganz zentrale Friedenspolitik, Abrüstung, gemeinsame Ressourcen der Öffentlichkeit in Zukunftsthemen und nicht in Technologie des Todes, um es ganz pathetisch zu sagen. Das ist so ein großes Thema. Umweltbewegung, Konsumkritik, Gewaltfreiheit, Friedenspolitik. Das, denke ich, sind so die großen Themen und insgesamt eben auch Arbeit und sozialer Ausgleich. Das sind, denke ich, die großen globalen Themen, wo wir mittendrin sind, aber sehr privilegiert mittendrin sind. Welches sind Ihrer Einschätzung nach die wichtigsten Herausforderungen für Wien? Also einerseits das große Thema leistbares Wohnen, auch Stadtentwicklung, die Verkehrsmobilität nicht nur aus der Individualperspektive betrachten, sondern auch kollektive Mobilität. Das bedeutet meines Erachtens auch, dass die Stadtentwicklung weg von der Autofixierung gehen muss. Die E-Mobilität wird ein Riesenproblem in den nächsten Jahrzehnten insgesamt, was Energiesicherheit anbelangt. Das, denke ich, ist schwierig für den Verkehr zu favorisieren. Insgesamt, glaube ich, braucht es für große Fragen in der Wiener Stadt nicht eine Lösung, sondern sehr verschiedene. Also ich denke zum Beispiel auch an verschiedenste sozioökonomische Projekte, wo Menschen zur Arbeit kommen, die sinnstiftend ist. Also vielleicht auch das ganz wichtig, Arbeit, die Sinn macht und die einen Mehrwert für eine Gesellschaft schaffen. Das sehe ich als ganz wichtig. In Wien ist das Thema, wie auch insgesamt, Gewalt in Familien, Gewalt in auch, wie soll man sagen, in Ausnahmezuständen ein Riesenthema. Ich denke eben an die Gewalt, die gegen Frauen und Mädchen ununterbrochen stattfindet und die sich normalisiert. Das ist ein riesiges Thema. Ja, und ich denke auch, dass es konsumfreie Räume braucht, Räume, wo sich Menschen auch unterschiedlicher Generationen oder vielleicht auch Sprachgruppen, Communities zusammenfinden können, ohne dass es einen Konsumzwang gibt. Es gibt noch viele andere Themen auch, aber auch die Werbekritik ist mir eigentlich ein Anliegen, dass die öffentlichen Räume nicht zu Werbeflächen von öden Konsumbotschaften verkommen. Welche Fragen sollten am dringendsten beantwortet werden? Ich glaube, das Wichtigste jetzt ist auch das Thema Armut und der Zugang auch zu Sozialbezug. Wie wir alle wissen, wenn Menschen in Not kommen, brauchen sie oft Wochen, bevor sie überhaupt bezugsberechtigt sind. Das ist sicherlich eines der dringlichsten Themen, die Menschen ohne Privilegien am meisten interessiert. Die Themen, die auch dringlich sind, wie zum Beispiel eben auch sozioökonomische Betriebe oder eben auch Reparaturwerkstätten oder zum Beispiel auch, ich denke ans Rote Wien und an die schönen alten Gemeindebauten. Also das, was alles schon mal mitgedacht war und was zum Teil verstaubt oder leer steht, das wäre etwas, was ganz dringend einer Öffentlichkeit, einer Wiener Öffentlichkeit aufgemacht werden soll. Also ich denke an die Waschküchen, ich denke an sozusagen auch kooperative Lebensmodelle, die in größeren Zusammenhängen in den Gemeindebauten schon mal geplant waren und die in den neuen ja auch zum Teil wiederum eingeplant werden. Ich glaube, dass das eine tolle Entwicklung wäre. Auch die gesamte Geschichte mit Energieeffizienz wäre ein Riesending. Die Abfallwirtschaft ist ein Riesending, wo Wien auch ganz Vorreiterrolle hat und wo es auch um viele Arbeitsplätze gehen könnte und auch geht, denke ich. Und im Sinne eines positiven Ausblicks und zur Inspiration für uns alle würden wir gerne wissen, wie sieht das Wien ihre Träume aus? Ich muss dazu sagen, ich bin ja eine begeisterte Wienerin und das Wiener Grantln liegt mir ja selber auch im Blut bei allen Ironien. Also als blöder Beitrag wäre sozusagen der Wiener Grant als ein Kulturmerkmal dieser Stadt zu gratifizieren oder so. Das ist eher ein blöder Witz, aber ich finde das auch manchmal ganz nett. Meine Utopie ist, Mehrsprachigkeit als Chance in dieser Stadt zu sehen, die Vielfalt der sehr unterschiedlichen Menschen, die auch jährlich zuwandern und hier ein neues Leben beginnen wollen, auch als eine Bereicherung zu sehen. Ich hätte zum Beispiel, also mein Wiener Träume wäre eins, wo es viel mehr Tiere gibt im öffentlichen Raum. Also mir gefällt ja Kobenzl als Versuchsbauernhof oder solche Dinge sehr, sehr gut. Ich denke, fast jeder Bezirk könnte, zumindest als Außenbezirk, könnte so ein Bauernhofprojekt haben, wo Kinder, wo Menschen, die Kinder, die Tiere lieben, einen Kontakt haben könnten und wo man auch einiges verwerten könnte. Das wäre so etwas, was ich schön fände. Ich fände es wahnsinnig schön, wenn es verkehrsfreie Zonen gibt, wo nur Fußgängerverkehr möglich ist, wo Frauen, Männer, Kinder, alte Menschen einfach auch leichter zusammenkommen können. Das muss nicht nur in der Innenstadt sein. Wäre natürlich super, wenn die Innenstadt damit beginnt. Ja, was träume ich noch? Ich träume von einer Stadt, die ja auch ganz viel Reparaturkreisläufe hat und wo zum Beispiel auch das Garagengesetz wegfällt und wo im Erdgeschoss leistbares Wohnen ermöglicht wird oder eben mehr Gemeinschaftsräume möglich sind oder eben auch Tauschen möglich sein soll. Und das nicht nur für die Bobos, die den Vintage-Schick so super finden, sondern wo das eine echte Alternative zum billigen Trashkauf wird. Und wo es auch eben zum Beispiel durch gemeinnütziges Arbeiten, Reparatur billiger wird anstatt dieses ununterbrochene Neukaufen von Geräten. Und vielleicht noch abschließend. Ich finde ja die Idee, dass Wien eine smarte Stadt wird, eher bedrohlich. Ich hätte, wenn wir über Digitalisierung sprechen, ja die Utopie, dass Wien in eine Open-Source-Digitalisierung Geld hineinsteckt. Das heißt, in gemeinnütziges Infrastrukturentwickeln, jenseits der Big Five, also sprich, wo wir über Digitalisierung ununterbrochen eigentlich die Kommerzialisierung der Digitalisierung meinen und die Plattformen, die Netzwerke, die Datenkrallen sind durch zum Beispiel eben auch nicht kommerzielle Algorithmen und durch eine Kritik gegenüber dieser Normalisierung von Überwachungsstellen. Und das fände ich für eine Stadt eine super Utopie, zu sagen, das ist eine Technologiestadt, die gemeinnützige Technologieentwicklung als ein Gegenmodell zu, ja klingt jetzt absurd, Silicon Valley und der Privatisierung des Öffentlichen halt auch vorangeht. Das ist eine große Utopie, glaube ich.